Was geht ab, ihr Ganschnittchen? Willkommen zurück zu der neuen Folge Troubled in Terrorist Town, auf einer neuen Map, die ich noch nicht kenne. Oh, Bram! Hi! Oh, da ist jemand direkt gestorben, oder? Ne, weiß ich nicht. Ich, ich, ich wünsche eh nicht. Krass, die Türen oben. Ja? Leute, ich sage euch, ich werde euch die Erlösung bringen, denn ich sehe das Ende der Welt. Christian? Weg. Alter, die Karte ist ja riesig. Kommt ja auch ein Zug durchgefahren. Kann man die Fenster kaputt machen? Oh, Christian. Da unten, die Tür, die geht nicht auf. Alter, Junge, da kommt der Vollergeist auf. Das ist nicht verarscht, ich habe eh gedrückt. Ich habe sogar dagegen getreten. Ja, aber ich bin da rein. Also, wo geht das? Alter, kommt hier ein Zug? So groß ist die Map eigentlich nicht. Ich bin gerade noch mega familiär. Kann man hier eintreten? Schon reicht groß. Das Glas kann man eintreten. Hey. Ach du Scheiße, je Zugabteil kannst du hier rein. Oh, da ist es. Oh, hier ist schon einer. Christian? Ich habe noch eine Rifle. Ich auch. Ja, ja. Was ist denn? Achso, bist du Jäger? Das funktioniert nicht. Autsch. Ja. I'm the Vampire. Man kann auch auf den Zug drauf. Hallo, hast du nicht als Jäger noch eine Bärenfalle? Wo hast du die hingelegt? Ich habe die noch nicht gelegt. Dann hast du ja neu eine Hand. Magst du mal eben auswählen? Nee, da kann ich nicht schießen. Wow, ich weiß, was Jä ist. Nimm du eine Crowball in die Hand. Oder er hat es sich gekauft. Ich weiß aber nicht, ob das geht, das sich zu kaufen. Okay, ich nehme die Crowball in die Hand. Da kann was hoch. Mal kurz eine Scheibe. Alter, war das eine Explosionsschaf? Ja. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Mh, riesengroße Map, muss man auf jeden Fall mal sagen. Ach, schade. Ach, Dalu. Hör mal, Dalu. Das ist doch nicht dein Ernst. Du wolltest, du hast jetzt ernsthaft die Scheibe weggeschossen. Kann den jemand confirmen irgendwie? Oh Gott, ja, mache ich. Ah, okay, ich habe Schaden gekriegt. Da ist noch einer gestorben. Dalu war innocent. Und ich fresse den jetzt einfach. Mit Explosionsschaden. Dalu war innocent, das ist es dir wert. Aha. Peter, wen hast du noch gesagt? Nee, das hat schon mal einen Traitor gemacht. Ich habe noch niemals geschossen. Ja, ja. Besser hat gesehen, dass Dalu einfach eiskalt abgestürzt ist. Ja, der ist einfach, der wollte in ein anderes Fenster springen und ist dabei, naja, unsanft gelandet. Genau. Oh, hier sind unsichtbare Wände. Wir reden schon nicht mehr. Bram, lebst du noch? Peter, du kaufst doch gerade. Okay. Nein. Hier ist Bram innocent tot. Wo ist hier, Jay? Damit können wir nicht so viel anfangen. Lass mich mal, lass mich mal Peter konfirmieren. Kleiner Traitor-Boy. Ich glaube, Jay hat irgendwie... Ich glaube, Peter hat gekauft, von wegen unsichtfacher Wände. Wo ist denn Peter dann? Den versuche ich jetzt aus dem Blumenbeer zu fischen. Hast du ihn getötet? Ja. Nice. Ja, Peter war Traitor. Ja, Sepp ist der andere. Shit. Calling it. Glaube ich nicht. Der hat Bram getötet. Shit. Bist du schon tot, Christian? Ich lebe gerade, Peter, wieder. Ich weiß leider nicht, wo ihr seid. Das ist das Problem. Bist du so, Jay? Weiß ich nicht. Das war doof, auf einer Karte, die ich kenne. Hi. Oh shit, Jay. Ist er gefangen? Ja. Nein. Was? Von den Türen gekillt. Das war ja kein Problem. Sepp, womit hast du mich getötet? Äh, das ist ein geheimes Item, was ich geplantet habe. War das eine Melon? Aber die hat kein Geräusch gemacht. Ja, das war keine Melon. Aber da war auch keine Tür, die ich aufmachen musste. Ich bin einfach nur in den Raum reingelaufen und dann... Ja, da warst du tot, ne? Das war... Die Mikrowelle. Wow. Es kann sein, dass das die Mikrowelle war. Okay. Da, du musst mal bei dem Fahrtding irgendwie höher reduzieren oder so? Nee, einfach drauf. Einfach drauf. Was macht denn das Fahrtding? Das hat ich vorhin auch schon mal in der Hand, aber... Das macht Pupsgeräusche und tiltet einen da noch eine Zeit. Also eigentlich ist es die perfekte Waffe. Also du musst einen anpupsen oder was? Dann musst du ein paar Sekunden warten. Also es ist wie ein Sniper quasi. Kannst du die Leute abschießen? Ich bin nur offenbar zu dumm davon gewesen. Okay. Und, äh... Weil ich hab sowohl auf Dalu als auch auf Christian geschossen. Moment, der hat mehr als einen Schuss. Eigentlich soll sie nur einen haben. Kann ich mich eigentlich als Troll auch wieder größer machen? Ja. Ja. Mal auf den Boden gucken, dann hast du 100 HP. Ist ja... Dalu, wie ich sie sehe, wir sind nicht alleine. Da oben ist noch jemand. Aber warum folgst du mir? Das ist ein Zufall. Das ist cool. Also hier sind viele Sniper, hab ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob ich hier in so enge Gänge will. Was ist der Prop Disguiser? Kannst du ja als Prop verwandeln. Du kannst dich als Fass... Dann wirst du ein Fass. Das ist der beste Braum. Kannst du aber auch als Fass dann mit Magnetostick aufgenommen werden. Und Dalu kann dich dann auch durch die Gegend schmeißen. Ja, hier ist er als Fass okay. Schaaf! Wenn er als Fass in einem Baum steht. Fick dich! Lol. Jay ist auf dem Dach gestorben. Ich stehe mir doch als Fass in einem Gang, weißt du, ey. Wie kann man dann wieder abbrechen? Rechtsklick. Oh, guck mal, da ist Frank. Nein, lass mich. Nein, ich weiß nicht. Nein, da hab ich Angst. Guck mal, du kannst so Fässer spawnen. Ah, okay. Eigentlich sollte das... Also mit dem Schaf könnte ich nicht gewesen sein. Jay, deine Leiche ist nicht mehr da. Ja, dat ist klar. Das mit dem Fass ist ja voll random. Von Jay ist nur noch ein schwarzer Fleck über. Ich hätte jetzt gerne mal eine coole Waffe. Ja, du machst du denn schon da drüben. Ich kann es halt nur nur Sniper, ey. Kann man echt Sniper machen? Ja, kann man. Oh, lol. Ja, doch bin ich. Ja, du bist doch Trader, oder? Ich hab meinen Push-To-Top. Peter, was solltet ihr denn? Peter, warum schießt du denn auf mich? Sepp zählt auf mich. Ich schieße auch auf dich, weil ich glaube, du hast den Superscharf gemacht. Nee, das ist falsch. Ja, ha? Wirklich falsch, ich bin gerade erst hier hochgekommen. Ist der durch den Superscharf gestorben? Jay, aber hier ist nur noch ein schwarzer Fleck und seine Waffe. Oh, fuck. Peter wird beschossen. Ich bin direkt abgeschossen worden. Von hinten. Dann müsste Bram weg. Ich hab Bram weggemacht. Holy shit. Sani-Helder gekriegt. Sicher? Oder ist das irgendwas mit Ring oder sowas? Nee, nee. Also, glaube ich. Ring, Ring. Also, Bram nicht hier. Der war Trader. Ja, was ist der Schuss? Richtig gut. Christian, was hast du da vor? Der nimmt den mit. Der, ja. Der nimmt den mit. Das ist natürlich okay, oder was? Peter und ich sind schon mal innocent. Das ist schon mal gut. Guck mal, dann könntest du ja nur noch Dalu und Christian sein, ne? Jay ist ja eigentlich schon tot. Äh, warte mal, wo bist du denn? Du gehst die ganze Zeit davon aus, dass Jay tot ist. Ich hab Jay gesehen, wie er geflogen ist. Ich weiß, also, ich seh keinen mehr auf dem Radar. Oben ist nur noch... Ja, aber was ist da mit Second Chance, wenn du die Leiche nicht findest? Da hüpfst du gerade. Oh, dat kann sein. Das stimmt. Nee, ich hüpf nicht, nee. Dann kommt Dalu und Radar. Wieso? Der letzte, der überbleibt. Nein, Jay könnte noch leben. Ja, den seh ich aber nie auf dem Radar, mein Freund. Ah, ich bin sehr... Dann ist Christian, selbst der Trader. Das glaub ich nicht. Ich glaub, dass Dalu da super scharf geschossen hat. Glaub ich nämlich auch. Das war von der Position, ja. Von der Position war dat ganz gut. Der war unter Peter jetzt. Ja, verdammt. Dalu ist in meiner Nähe. I don't like it. Ja, aber der kann da nicht hoch, Peter. Das ist alles gut. Außer er plantet unter dir. Und da kommt er. Nice. Verdient. Diese fiese... Dalu, ich hab noch einen Bug für dich. Peinliche Art. Wenn du Troll bist, ja, kannst du dir kein Traitor-Item kaufen, weil du den Prop-Disguyser nicht wegschmeißen kannst. Äh, das ist in der Hinsicht kein Bug. Ihr habt eine Funktion noch nicht gemeintet, die wir haben. Du kannst deine Klasse wegwerfen. Oh. Dann kannst du das. Also du kannst zwar nicht mit Q-Items droppen, aber es müsste... Du kannst auch in den Chat schreiben. Äh, musst du halt in den Team-Chat schreiben. Äh, Ausrufezeichen Drop Hand. Dann verlierst du deine Klasse komplett. Ja. Random Damage. Sick. Und? Na? Weiß ich... Leuch, Christian ist voll bei uns sichtbar geworden. Äh, zusammen. Alter, du Agent. Ist weg. So wie Sepp das geschrieben hat eigentlich? Zusammen. Ach, zusammen. Was ist so hin? Aber nicht in den allgemeinen Chat, sondern in die Konsole. Äh, ich denke, wenn der Befehl funktioniert, steht es glaube ich auch gar nicht im Chat. Bin mir aber nicht sicher. Ich wurd wieder angeschossen. Oh, dat war aufm Dach. Ja, dat wurde angeschossen. Der war kein Sniper. Der war der Newton Launcher. Ja, man versucht mit dem Newton Launcher... Ja, aufm Dach. Achso. Mach, komm. Aus der Perspektive, dann hätt ich dich einen Meter nach hinten geschossen. Also wie jetzt auch. Oh, Bram hab ich vom Dach geschossen. Nee, 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 nee. Hab ich überhaupt... Du bist da runtergelaufen, du Fotze. Ich bin Stuntman, nur weil ich mich abgerollt hab. Ändert das jetzt... Ja, du... Bram, mach doch, wie hat jemand ein Geschenk geplantet. Ja, klar hab ich das geplantet. Oh, das... Wo ist denn das? Das nehme ich. Weil irgendeiner hat mich mit dem Random Damage angeschossen. Bram schießt wieder auf dich. War noch nie ein Elf, Sepp. Ist der Kandert der Elf, oder was? Ach, toll, das Ding ist explodiert. Von dem ich mich nicht heile. Sepp, warum schießt du auf mich? Ja, weil Bram die ganze Zeit weiter auf Dalu schießt. Ja, will ich auch. Ich will jetzt schon mal gleiches Leben haben. Du willst jetzt nur einen Grund haben, auf mich zu schießen, oder was? Ich will gleiches Leben haben für dich. Am Arsch. Aua, nee, mir ist was explodiert, ein Fass. Christian schießt auf mich. Ich glaub, das Sepp hat ausnutzt. Bram hat mich schon wieder vom Dach getroffen. Das ist gelogen. Christian hat auf mich geschossen. Ich bin innocent. Wieso sag ich, glaube ich, Dalu, ganz schön fieser Voice. Nee, Sepp, so nicht. Dalu macht, Dalu killt gerade alles. Das, ey, das war Bram. Ich, Sepp hat das ausnutzt, aber dann war der Inno. Okay, Jay ist Traitor. Nein, Jay ist, oh komm, Bram, ich hoffe, du bist es nicht. Was willst du von mir? Ja, ey. Der muss das ja sein. Einer von euch muss Jakal sein oder noch Inno. Oh, bleib, verarschen. Auf mich wurde gerade geschossen. Ich hab noch 75, 65. Nein, weil du mir einen Bummer in den Rücken werfen wolltest. Wow, Dalu, echt jetzt? Okay. Natürlich. So ein Schwätzer. Ja. In der Küche, Bram. Ein, runter. Ah, gut. Wer war denn? Jay. Okay, dann lebt Peter noch, du lebst noch. Das heißt, einer von, oh, da ist Peter. Nein, shut up, I take my money. Oh. Du musst Leute killen, Jay, damit der triggert. Ja, klar, man muss Leute killen, damit das immer funktioniert. Kacke. Kacke. Du hast du dazu. Ja, 83 Leben. Ich akzeptiere das ja schneller. Ich akzeptiere das ja schneller. Ich bin Vampir. Ich bin Vampir. Reicht dir das? Nee, Jay ist da dran. Ich. Okay. Moment, genau. Ich wollte jetzt gucken, ob hier eine Waffe liegt, aber hier liegen keine in der Ecke. Nee, aber da vorne, hier liegt eine Waffe, genau vor mir, Bram. Ja, nee, die Huge will ich nicht. Das kann die Huge. Hallo, die Huge ist. Hey, kommt doch mal an, welche Klasse du hast, wenn du hier Junkie bist und nimmst die Huge. Hey. Dann bist du aber ratzfatz weg. Was war dat? Ich hab nicht geschossen. Ciao. Neben mir gerade ist echt ein Fenster abgeschossen worden. Ich hab das Gefühl, dass jemand auf mich geschossen hat. Bist du in diesem Zwischengang? Wow. Ein Diegelschuss. Peter? Wir haben einen Jackal und Sidekick. Ja, okay. Wenn Peter sagt, auf ihn wurde geschossen, dann ist er der Sidekick gewonnen. Hörst du nicht mitbekommen. Es wurde aber auch schon ein zweites Mal auf mich geschossen. Ich glaube, dich hör ich definitiv nicht, Dalu. Okay, beim zweiten Mal, dann wird er ja irgendwann getroffen haben, Peter, oder? Das heißt, du bist Sidekick. Wie viel Schüssel hat denn so ein Diegel-Ding? Also, ich bin innocent. Ein Diegel hat sieben. Nee, ich mein so eine Sidekick-Waffe. Dalu und Peter sind die Jackal. Peter shoppt gerade. Ach du, rechts um die Ecke. Einer ist gerade reingekommen in die Küche. Peter in der Küche ist Trailer. Hier drin. Pass auf, pass auf, pass auf. Da vorne liegt ein Boom-Buddy. Hier unten. Peter in der Küche. Er steht rechts um die Ecke. Wo ist der unten? Was willst du von mir? Peter, Alter, ich weiß Bescheid. Pass auf. Ich schmeiß mal, ich schmeiß mal eine Incendary da drauf. Peter schieß. Ja, Peter wird abgeschossen. Mach jetzt die Tür zu. Peter rennt hinter die Bar. Oh, dann ist der andere. Weil ich die ganze Zeit im Raum bin, Peter. Nein. Ich war ein Stuhl. Und dann ist der andere. Alles klar? Der geht ab. Wie macht das, Jungs? Ganz kurz mal was snacken. Warte mal, lecker. Hast du das Dalu gefressen? Einfach so. Moment. Moment. Interessant. Was passiert denn jetzt, wenn ich Peter jetzt wiederbelebe? Ist die Frage. Und wird der Trader. Wird der dann Trader oder wird der wieder dein Sidekick? Meine Ahnung. Probier doch mal. Ja, probier ich tatsächlich. Mal gucken, was da passiert. Das interessiert mich gerade. Du kannst ja direkt wieder töten dann. Das ist ja okay. Ich hab kein Trader. Bitte. What? Das ist gelogen, Junge. Als Scoreboard bist du falsch angezeigt. Fuck you. Hast du ihn gerade wieder weggemacht? Ja, sicher hab ich ihn wieder weggemacht. Im Scoreboard taucht er nämlich auf einmal als Blau. Nee, nee. Smiddy, nee. So. Ich glaub, ich belebe dich jetzt nochmal wieder. Ich krieg dir erstmal einen Credit, wenn ich einen Jakar töte. Ah, so. Okay. Wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Ich bin, äh, oben im Haus. Gott, ich bin so ein Idiot, Alter. Oh Gott, ey. Also du bist ja Traitor. Eigentlich musst du mich ja töten, ne? Das stimmt nicht. Also nicht so direkt zumindest. Doch. Ich bin nur der Upsnacker. Das stimmt. Also ich bin draußen, Bram. Tja, ich hätt das gerade beenden können, wa? Aber dann hab ich halt verkackt. Hast du nur gemacht? Verkackt. Bist du am Snippern? Ne. Wenn ich am Snippern gewesen wäre, wär cool gewesen. Einfach verkackt. Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem One-Shot. Als du gerade durch den Flur gelaufen bist. Ach du, was ist an mir? Dann hab ich... Dann hab ich daneben geschossen. Na gut. Was war das denn? Ja, was war das denn? Das ist ne gute Frage, wa? Worauf schießt du? Dann haben wir den Aufzug nach unten. Irgendwo. Warten wir kurz, bis der Aufzug hochkommt. Ist ja jetzt nicht im Aufzug, oder? Verrückt. Ist ja auch verrückt. Aua! Au! Wieso hab ich so ein Mega-Leck? Ich töte gerade Bram! Bitte was? Ich hab so ein Mega-Arten-Leck bei mir! Was war das denn für ein komischer Leck? Ich konnte schießen und war im Dead Ringer? Das hab ich noch nie gesehen. Du hast mich eigentlich verarscht, Alter. Dann spielen wir hier dick und doof, oder was? Nein! Du warst nicht im Leck, Alter! Ich hab einen Dead Ringer gesehen. Aber ich konnte schießen. Nein, Dead Ringer kannst du auch nicht. Aber in meiner Ansicht konnte ich halt schießen. Und ich hab die ganze Zeit auf Bram von hinten den Rücken geschossen. What the fuck? Und ich dachte erst, Sepp ist mega lustig und schiegt die gleich runter. Und dann hab ich das schon voll gefeiert. Und dann, ich hab einen Leck. Was? Was? Peter, wenn du Sidekick wirst, kannst du natürlich nicht shoppen. Weil du ja halt keine Crids in dem Auto hast. Aber das ist ja voll geil, wenn man weiß, wer der Trader ist. Dann musst du eigentlich erst halt... Während du auf die Suche rät der Trader, musst du den zu deinem Sidekick machen. Um den Minuspunkt jetzt zu drücken. Oh, Peter, ey. Da saß dann einer, ey. Das war so geil. Ja, dass du da Stuhl warst. Unglaublich. Einer der Stühle war ich. Das geilste war, der Balken bei mir wär einmal kurz abgelaufen. Weil der ist ja nicht ewig. Und genau in dem Moment hast du dich umgedreht. Da war ich dann wieder sichtbar und hab mich wieder verwandelt. Gibt's eigentlich neben dem PHD noch ein Item, wo du keinen Fallschaden kriegst? PHD. Ähm, nee. Kann ich das machen? Und? Du warst Klasse, wenn du der... Ja, genau. Als Klasse gibt's das. Jay ist bei mir und macht mich vielleicht. Jay ist eh Sparta. Nee, aber wie viele Schüsse hat eigentlich die Jakar-Waffe? Wirklich nur einen? Einen. Einen, ja. Hast du mich direkt beim ersten Mal getroffen, Sam? Ja, du hast da gehockt am Fenster, wie so in letzter Woche. Madness, Junge. Wait. Warte mal. Hast du... Du bist... Du bist Spartaner. Ich bin Spartaner, ja. Und deswegen kann ich auch noch Madness sagen. Komm, Peter. Mach mich zu deinem Mage. Ja, Jay hat auch irgendwas. Krieg ich denn eigentlich keinen Schaden hier runter? Um hier runterzukommen? Das geht gar nicht, oder? Wo denn? Ich bin beschossen. Ähm, spring auf den Zug, Jay. Ja. Ich hab die Leiter gefunden. Moment. Hallo, Peter. Hallo. Madness. Oh nein, da kommt Christian. Madness. Da ist es dran. Ich dachte, ich stehe schon ein bisschen länger. Ja. Hier haben wir einfach mal Hallo gesagt, weil... Hallo ist da ne Treppe. Okay, da kommt... Hä? Ich bin voll geil. Das ist ein Schicht nach Hause und guckt erst unter mir zu. Du siehst mich nicht und so. Genau. Ich hab dich nicht gesehen. Warum ist dann mir ne Tür vorweg geflogen? Madness. Madness, Junge. Kannst du nicht auch Spartaner sein? Ne, Moment. Ne, der andere Spartaner lügt, wa? Ich hab gar keine Tür gemacht. Wer auch immer da oben bei euch ist, der ward. Hä? Ich war bei Peter. Ja, aber hier war nix. Also zumindest... Okay. Fäfer, liegt hier ne Tür rum. Ja, wenn er jetzt Tür... Also, es gibt schon ein paar Türen, die ich die... In meinem ungewollten... In meinem ungewollten... In meinem unbändigen... Dalu kommt ja nicht raus wegen der Tür. Christian mit Baseballschläger. Ey wir sind Sportler. Ich kann ja nicht... Willst du dich gleich töten oder? Dalu ist in der Küche. Dalu will mich töten. Nein. Moment, pass auf. Ich geh mal weg. Oh Gott. Warum? Jan, steh mal auf mich geworfen! Du Arsch, ey, du wirst dich auch töten ey. Das ist nur die Rache. Ich hoffe, du wirst jetzt gleich einen schönen Weihnachts-Song hören. Da hinten die... 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 Ja, du lüg' mal! Ich hab' nämlich, glaub' ich, nicht getroffen und auf den Zug springt. Du lüg' mal! Ich hab'n nicht getroffen, ja! Du lüg' mal! Du lüg' mal, funky. Äh, Peter, lebst du noch? Ja, ich leb' noch. Und so du, so Sepp. Nee, weil da hinten sind... Oh, Peter, schießt auf irgendwas. Nein. Was? Ich hab' nicht geschossen. Wie sieht's grade grafisch so aus, als wenn ein Schuss von dir zu... also hier in die Richtung geflogen wird. Zwar mich nicht getroffen hat, aber... M-m-m. Hey, lebst du noch, Dalu? Ja, aber der hat wahrscheinlich... ich hab'n hast jemanden gekillt. Nee. Ja, alle leben noch. Nee! Hab' ich nicht! Echt nicht, ich ärg' nur Dalu. Dalu? Falls er noch lebt überhaupt, falls er überhaupt drin noch ist. Ich hab' keine Ahnung. Denn er sich jetzt einfach denkt, ach, ich camp' jetzt da drei, sechs Minuten drin. Oh, hi, Christian. Nee, hier ist kein... Na, hast du grade irgendwas... Was hast du grade in deiner Hand gehabt? Eine Shotgun? Ja, genau. Was ist davor? Was hast du in deiner Hand gehabt? Nix? Immer noch eine Shotgun? Ja, natürlich. M-m. Da ist Jay. Hi. Hi. Dalu müsste einen unter dir Treppenhaus sein. Nee, kann man nicht. Nee, der ist die Treppenhaus. Dalu ist hier gar nicht mehr drin. Der ist in der Küche. Der ist in der Küche. Ich seh' drei Radarpunkte. Da sind drei Leute in euer Haus. Dalu ist in der Küche, der Schwätzkopf. Ja. Ist das? Ist keine coole. Aber Dalu kommt da nicht raus aus der Küche, weil er da irgendeinen Quatsch macht. Der wartet da nur drauf, dass man da reingeht. Boah, ist nicht beinahe Abgang gemacht hier. Hallo, Peter. Kannst du mal hoffen, meinen Namen aufzusagen? Ja, aber ich dachte, du wärst Christian, weil... Ich heiße auch Christian. Ich dachte, du wärst... Peter, geh du nach unten, Peter. Peter, geh du nach unten. Ich hab' aber nur ne Sniper, dann find' ich scheiße. Ja, nee, gerade wie du... wie sonst was geschossen. Das war Dalu, glaub' ich. Der hatte doch die Autosniper. Da ist... Okay. Wo soll ich hin? Ja, geh hier runter und... Das ist für Dalu. Als Geschenk. Okay. Wenn er da rauskommt. Alter, du... Arsch. Du wolltest mich töten, Peter. Du bist so'n Pisser. Wie, du hast... Du hast... Die Explosion, der... Ich hab' doch 23 HP. Der Peter hat mich töten wollen. Christian, was machst du? Wo ist er hin? Der ist... Oh Gott, nicht da rein, nicht da rein. Der ist so fast drin. Warum sagt Sam eigentlich, er sieht drei Radarpunkte, wenn irgendwie fünf Leute leben? Christian will mich... Ach Dalu lebst du wieder? Das ist aber komisch, Mensch. War kurz auf K. Äh, ne, ne, nicht mich machen. Da ist keiner drin, Jill. Ja, natürlich, das ist der Peter unten. Oha. Ich glaub, Christian ist Trailer. Kannst du mich heilen? Du bist Priester. Müsste funktionieren. Ja, ich bin Priester, ich kann dich heilen. Du bist ein Schwätzer. Das geht nicht. Nein, ich bin Priest. Das gefällt mir alles nicht. Ich weiß, ich hab Peter nicht getroffen. Ich hab Peter nicht getroffen. Da drin ist Dalu. Ich bin tot. Ja, dann... Ach Quatsch, du bist nicht tot. Ich bin... Nein, ich bin ehrlich tot. Ey, J war... J war... J war... J war inno. Bram hat J gemacht. Ja, ich... Nur mal ganz so... Ich muss... Ah! Wer hat mich beschossen? Jetzt hab ich... Jetzt hab ich gecheckt, wie das funktioniert. Wer nutzt immer den Team-Changer von euch? Peter, du Arsch. Was denn? Peter, du bist Cheater. Peter hat mich beschossen, der Arsch. Wer hat denn jetzt den Team-Changer benutzt? Äh... Unten am... Ich hab den Team-Changer benutzt. Bram! Was soll dat? Ja, ich bin halt... Nicht-Trader. Oh, Peter ist bei mir. Ja, ich hab... Ja, das ist aber Trader! Sepp! Ja, Peter ist auch Trader. Oder Jackal. Oder irgendwie sowas. Kannst du mir erklären, wie der Team-Changer funktionieren soll? Komm, ja, mach mal die Tür auf. Ich steh auf der anderen Seite. Ja, okay, aber erklärst du mir das. Peter ist am anderen Ende und an den Zügen. Peter, ich... Ich war das! Junge... Wieso hast Bram eigentlich Jay gekillt? Peter ist bei den Zügen. Ne, Moment. Warum ist denn hier ein Zeichen bei mir, bist du? Ach du, du bist der Prop, der hier steht, wa? Ich bin die Wand. Du bist die Wand als ich. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ich bin so gut wie tot. Peter, wo bist du hin? Pass auf, ich hab ne Idee. Welches genau bist du davon? Ähm... Zieh mal ein bisschen geradeaus. Peter heißt gerade, glaube ich. Ja, so. Jetzt ziehst du... Ja, schau. Ich hab nämlich das hier. Ja, okay, aber ich weiß nicht, ob du mich töten kannst. Warte. Okay, jetzt ist Dalu tot. Moment, jetzt... Dalu und Christian, dann fehlt nur noch Peter. Dann fehlt nur noch Peter, Bram. Ja, hol mal. Das hab ich gefördert. Der ist oben in den Gängen drin. Ja, Moment. Ich muss kurz nachladen hier. Oh, wo ist Peter hin? Fuck. Peter könnte sein, dass der bei dir drin ist. Nein! Peter, der ist... Doch, der ist bei dir im Haus drin. Nee, 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 aber nicht! Der ist da! Nein! Nein, der ist nicht bei dir drin! Warum war das denn jetzt, Peter? Das war doch jetzt lame. Warum willst du mich denn töten, Peter? Oh, Bram ist der letzte Trader. Verdammt. Ich bin kein Trader! Ach, Gott, ey. Der Lieder. Ich weiß, aber das kann doch nicht sein. Stell dich doch nicht an! Achso, Moment, stimmt. Ich bin Zakal und deswegen... Ich muss alles töten. Ich hab das jetzt verstanden, ja? Oh, jetzt hast du es verstanden. Warum, Bram? Ja! Ich applaudiere mal eben kurz. Moment, ich muss mal ganz kurz... Wie lange hab ich noch... Ein paar Minuten hab ich noch. Dann kann ich mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwo den Defi jetzt hingelegt hab. Dann muss ich ja eigentlich grad da. Jawohl! So, jetzt Dalu, komm her. Oh nein. Ist doch nicht Dalu wieder... Bist du jetzt... Sidekick. Immer noch. Nein. Ist gelockt. Du bist kein Sidekick, du Muschi! Aber wieso... Wieso bist du jetzt keiner geworden, aber Peter vorhin schon? Ich verstehe, bei Peter... Bei Peter hat das auch funktioniert. Der Team Changer... Ich finde, Team Changer... Also ich... Ich frage mich, warum wir den immer benutzen. Ich hab keine Ahnung, was der macht. Stimmt, den sollten wir auf der letzten Map schon nicht benutzen. Und der... Der Team... Weil der Team Changer war der... Ich hab... Du musst die Diegel haben. Ich hab Jay angeschossen mit dem Team Changer. Er hat sich vor dem Schluss... Und er meinte, ob ich denn heile. Weil ich dachte, cool, jetzt komm, wird auch mein Sidekick. Ja, aber in dem Moment, Indem du Jay mit dem Team Changer angeschossen hast, bin ich dann auch Sidekick geworden. Ja, genau. Ich mach's immer in deiner Nähe. Also der... Der Team Changer scheint irgendwie die Rollen von allen Leuten zu ändern. Oh, das ist ja witzig. Vielleicht einfach mal neu zuweisen. Also als Jackal... Wie heißt die Gun? Irgendwie... Sidekick Gun oder was? Genau. Die ist ganz unten. Aber was dürfen wir denn dann quasi statt dem Team Changer benutzen da, du? Oh Gott. Das Manipulation Knife ist doch für die Trader da. Team Changer ist echt strange. Aber Manipulation Knife geht dann nur auf Leichen, ne? Also du kannst keinen als Trailer zu nem Trailer machen. Peter, du bist ein blöder Wichser. Sag mal, Peter... Was passiert das eigentlich so null, dass ich hinter dir stehe? Ja, weil ich glaub... Guck mal, hier echt. Soll ich dann nehmen? Christian, soll ich dann nehmen? Ich bin der Lustig. Mir ist alles egal. Ich hauere! Ich hab dich gerettet! Ich hab dich gerettet! Ich bin Chagal! Ich hab dich gerettet das! Da ist was hart explodiert. Wo haben wir Trailer? Wo haben wir Trailer? Nice! Ich hab jetzt auch noch gestorben. Ich hab dich jetzt aber nicht vom Dach gefallen, oder? Ich hab dich gerettet! Ich hab dich gerettet! Ich bin im Zug. Ich glaub, ich hab Sepp gekillt. Sorry! Ja, Alter! Du wolltest mich mit der Hinten der Grover abschießen! Tut mir leid! Wüsstest du für die Friester? Naja, hier ist noch ein Geschenk! Du kannst ihn noch heilen! Boah, okay! Fifty-fifty! Drauf geschissen! Ja, nice! Du hast nochmal 50% schon! Pass auf! Ich hab dir nochmal was abgenommen! Willst du nicht noch mehr? Dann bist du der andere Gute, oder was? Ja! Du bist... Ich hoffe, der Bram hat dich nicht wirklich gerettet! Ich hab den Trailer gekillt, Junge! Okay, dann willst du dich nochmal heilen? Wieder? Da ist eine Hand falsch an! Gestorben! Nee, gestorben kann ich mir nicht vorstellen! Doch! Er liegt da unten! Aber so langsam gehen uns die Leute aus der Halle! Das ist der letzte Lebende, ist es doch! Das kann doch... Doch, es lebt noch einer! Ich hätte dich erschossen! Du hattest den Crow in der Hand und war slow! Und ich hatte nur einen Leben! Er lebt wieder! Er wurde wiederbelebt! Gleich ist weg! Und jetzt wird gesoffen! Hier im Truck unter mir, glaube ich! Im Truck? Ja, doch! Hast du ihn getroffen? Aua! Er ist jetzt im Haus drinnen! Äh, Teleport! Er hat einen Teleporter! Ja, versuch ich nochmal zu halten! Okay, freu mich doch! Jawoll! Aber du hast keinen Schuss mehr, oder? Äh, mit der Gaußen nicht mehr, ne? Äh, schade! Oh, da ist er! Da ist er! Da ist er bei dem Züge! Wie? Was? Was? Ja, hinterm Stromkasten! Ja! Oh! Er hat sich wieder weggeportet! Oh! Das wird immer enger hier! Die Schlinge zieht sich zu! Die kommt immer näher! Wo teleportiert er sich? Äh, er teleportiert sich immer in einen der Züge! Nein! Das ist nicht wahr! Hinten an den Zügen! Also, nicht auf meiner Seite! Ja, auf meiner Seite! Auf dem Zug drauf! Yo! Fuck! Er wird sich wieder reinfocken! Ja, geil! Von jeder! Oh, er ist wieder! Er wurde wieder wiederbelebt! Ich hab schon Angst gehabt! Oder ein Deadringer! Nein, das war ein Deadringer! Das war ein Deadringer! Er müsste einfach nur low sein! Da ist er! NEEE! Oh! Oh Mann, ey! Oh Mann, ey! Boah, ist doch scheiße! Mann, ich hab doch Christian weggeballert, oder? Ja! Und dann hab ich Peter noch ne... Ja, mit der Gaußen! Dann hab ich Peter noch ne Disco vor die Fresse geschmissen! Und die hat dich vom Dach befördert! Ja, ich war gerade auf dem Weg nach oben! Oh Gott! Und das war... Daniel Traitor! Oh, seid Kollege! Ich wollte dich dann wegmachen, damit ich Bram wiederbeleben kann, aber... Na gut! Viel Unglück im Pech! Und so weiter! Äh, Peter hat gewonnen! Ganz knapp! Hauchdünn mit nem Pünktchen! Boah, krass! Schon wieder! Und Dalu ist nur Dritter geworden! Ganz schöner Lappen! Wir bedanken uns für was für den Zuschauen! Nein, sagt ihm sowas nicht! Der soll nicht so, so... So spielen! Ne, jetzt ne Runde dann! Ja, macht ja nix mehr! Für meine Folge war ja okay! Haut rein! Tschüss! Ciao! Tschüss!